Hallo und herzlich willkommen zurück bei Battlefield Multiplayer. Hi. Mit mir, dem Luke und dem Malte. Genau. Sorry, dass gestern keine Ex-Kampf voll rauskam, wie gesagt. Keine Ahnung, was da los war. Erzähl mich blöd. Die Folge kommt erst morgen raus. Ja. Nachdem ich es das dritte Mal durchgespielt habe. Ja. Aber das Spiel ist cool. Ich bin nicht so... Was verteidigen wir? Äh, A. Ich gehe zu A. A ist einfach. A ist gut. A, wie Alf. Da ist einer bei A schon hin. Über die Straße. Der kommt jetzt hinten rein, ja, ja. Hast du ihn? Ne, aber der Typ ist tot. Abends sind wir eigentlich nicht mehr im gleichen Squad. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Bist du Angreifer? Nein, ich bin Verteidiger. Oh ja, ich sehe deinen Squad. Ich join in den gerade. Ich bin bei drin. Da ist ein Tank. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ja, die Angreifer sind voll die Cheater. Schneller. Verteidigst du B? Ja, tue ich gerade, weil da Tanks sind, die A-Belagerung, und ich deswegen nicht zu A gehen kann. Ich bin bei A. Oh, das war das. Die kann ich mit der Sniper nur 20 Charmlein machen und die sind bei A, die Blenden A. Hä, das sind noch welche von uns unten drin. Ich habe bei dem Typen gerade mit der Sniper nur 20 Damage gemacht. Ah, cool, wir entschärfen schon. Gut, gut, gut. Darkman. Ja. So. Ach, hallo. Die sind da drüben alle in den Häusern. Und oben drauf und unten drunter und daneben. Oh, das Haus ist weg. Ja. Boah, das sind da viele. Ich habe schon einen ganzen Mann getötet. Die stürmen jetzt rüber. Sterben. Nein. Oh, ich finde das so lustig, wenn die jetzt schon verlieren würden. Oh, da ist ein Tank. Ein Tank kommt. Tank kommt, Tank kommt, Tank kommt. B ist geplant. Geplant. Ach, einfach mal mit dem Magnum reinhalten. Und klein noch einer. Aua. Nein, ich bin nicht leer. Nimm dir das wenig, was du hier hast. Äh. Ah, okay. Wo sind denn die da? Auf dem Berg. Auf dem Berg. Gucken so. Hier ist das Medikin. Oh. Nein. Da geht es ja gar nicht rein. Oh, lass mich jetzt da rein. Tier. Ja. Oh, lass mich jetzt da rein. Was ist das? So ruhig. Hä, der ist wohl. Ah. Ah, der Typ ist tot. Schade. Was macht der Tank eigentlich ganz dahin? Oh, ich werde abgeschossen. Ich sehe leider nicht von wo. Ich glaube bei A sind welche. Ich bin bei A. Ich wechsle mal zur Straßenseite, das ist auch Sprungssniper. Falla. Nein! Zwei Leute, drei Leute drin. Die planten jetzt. Mano. Warte, ich spawn bei dir. Das gibt's nicht, da verfehle ich den Dioden. Einhabe ich. Wechseln. Ja. 200 Punkte, meine, 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 meine. Oh, das ist eine kurze Runde. Und ich hab den letzten Kill. Oh ja. Das war gut. Das ging relativ schnell. Ich glaube, ich bin nur einmal gestorben. Oder zweimal. Dreimal. Einmal. Und ich hab zwei Kills. Besser als du. Ja, kein Wunder. Egal, ich bin nur einmal gestorben. Okay, und... Tschüss. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Ich habe den Dioden. Tschüss. Ich bin nur zwei Kills. Und ich kann mich sehr schnellen. Ich bin nur zwei Kills. Ich bin nur zwei Kills. Vielen Dank.